Die Sohlein, ja! Ich möchte euch sagen, dass die Leute, die hier auf der Bühne stehen, ein halbes Jahr dafür gearbeitet haben, alle für Ome, für kein Geld, alles ehrenamtlich, damit das heute hier passieren kann in Freiburg. Und wir wollen natürlich, dass die Leute in Ghana sehen, dass wir uns echt hier engagieren, dass das geht auf unserer Welt, was Positives. Und deswegen, für unsere Helfer, für das Projekt, für das Vessel, möchte ich, dass ihr jetzt einmal richtig fett abgeht, damit wir richtig geile Bilder nach Ghana schicken können. Open your mind, see like me Bright your thoughts and let them spread for free Recognize we're different, same as one What we see, fear, longing for is Africa United, oh Africa United, yeah Africa United is what you're longing for Remember One love One creation Why don't you stop the war Since this war In my mind and hurt And so on Why do you remember One love One creation Why don't you stop the war Remember Remember Dankeschön. The African Information Movement is a registered NGO operating in Komenda in the KEA Municipality of Ghana. Its main objectives are centered on educational and environmental activities to improve the life of the Ghanaian youth. Visit our website on www.aim.ev.org. www.aim.ev.org.